Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Jede Mensch möchte glücklich sein. Jede Mensch wünscht sich auch eine glückliche Partnerschaft, die Ergänzung, die Erfüllung. Ich nenne das als Komplementärseele. Dieser Begriff Komplementärseele kommt von Latein und bedeutet auch übersetzt Ergänzung, Erfüllung. Und genau das soll das Ziel sein. Und dieser Ziel ist erreichbar. Und ich begleite gerne bis zum Ziel und ich garantiere auch diesen Erfolg. Möchten Sie gerne eine glückliche Partnerschaft? Wünschen Sie, die Komplementärseele zu begegnen, diese Ergänzung, diese Erfüllung auch erleben, glücklich zu sein? Na dann, unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten zu meinem Beratungsinstitut. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.